So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda und ich werde gleich schon mal abgeschossen, was ich nicht gut finde. Und hier, beim letzten Video habe ich zweimal gegen den Endboss verloren und ja, das bereue ich jetzt irgendwie. Und hier, jetzt werde ich es ein bisschen besser machen, und hier sind diese Tentakel-Dinge. Wir gehen erstmal hier hin zu dem. Kann einer mal ein Herz geben? Wäre echt nett. Ups, na toll, jetzt verliere ich auch noch. Ey, ich werde wieder verlieren. Ich weiß das ganz genau. So, ja, ja. Ich werde jetzt mal absichtlich sterben. Ich brauche die Herzen beim Endboss noch. Und so geht das nicht. Ja, genau. Doof, dass ich keine Feen-Gläser habe. Das brauche ich nämlich hier. Okay. Aber diesmal schaffe ich es. Hoffentlich. Also, das hoffe ich jedenfalls, dass ich es schaffe. Und so. Okay. Jetzt geht's weiter. Muss das sein? Ich wünschte, es würde einen Heilzauber geben oder so. Ich glaube, hier sind ja noch Herzen, oder? Ja. Jetzt bin ich voll. Okay. Wünscht mir Glück. Ja, gehen die Falsche. Ey, muss das sein, Mann? Ja. Zweimal getroffen, okay. So. Den auch. Jetzt noch den weiter. Ja. Jetzt den. Perfekt. Diesmal werde ich ja nicht gut. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, der Erste ist schon fertig. Nein, verdammt. Okay, ich glaube, ich habe die Taktik jetzt. Und, ja. Und los, 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 nein. Nicht in die Richtung. Ja, perfekt in meine. Okay. Der Letzte. Der schießt in alle acht Richtungen. Das ist doof. Okay. Ja. Endlich. Ich wusste, dass ich es schaffe. Ich glaube immer an mich. Und ein Herzcontainer. Und das Amulett endlich. Ja, Mann, ich bin so cool. Du hast das Amulett der Stärkerung. Ich weiß, ich bin stark. Jetzt geht's weiter. Erstmal gehe ich in die Stadt. Und holen wir das erste Glas. Denn so geht das nicht weiter. Da gehe ich später hin. Wenn ich das Spiel erstes Mal ein bisschen durch habe. Ja, da bräuchte ich nicht hin. Ja, hier waren wir auch schon. Den kann ich jetzt... Ah, da hinten war noch was. Soviel ich weiß. Wenn ich's nicht vergessen hab. Genau. Oh ja, von dem Typen krieg ich ganz viel Geld. Oder? Hä? Ich suche die Höllen östlich der Hülle. Oh Mann. Aber da gab's so einen Typen, der Geld gab. Das weiß ich. Den find ich auch noch. Aber jetzt gehen wir in die Stadt. Und... So, das war das jetzt. Okay. Ähm... Muss das sein? Ausgerechnet jetzt? Okay, jetzt kann ich auch von hier durch. Okay. Und weiter. Ähm... Muss ich noch irgendwas machen? Ah, ich weiß schon was. Ich muss es nicht, aber ich mach es trotzdem. Es kann sein, dass ich ein bisschen leise spreche, aber... Es ist halt so. Ja. Ah ja, dem ist ab. Mein Bruder ist ja eingesperrt, das weiß ich. Okay. Und hier ist ein Bettrennen. Ja, ja. In 15 Sekunden muss ich das schaffen, okay. Was mach ich? Ach Mann. Verdammt. Nein. Ach nein, ich... Kann man hier durch, wenigstens. Ah. Verdammt. Ach, 10 Sekunden. Okay, das schaffe ich schnell. Das werde ich noch schnell machen. Die Bombe hat mich Zeit gekostet, Mann. Das finde ich nicht gut. Ähm, ja. Dann gab es noch so einen Jungen, der ein Schmetterlensnetz gab. Und hier. Ja, geschafft. 10 Sekunden. Super. Okay, jetzt geht's weiter. Oh. Oh. Okay, das war jetzt aber nicht Absicht. Dort drinnen passiert doch irgendwas. Ah ja, ein Freund hat mir mal geraten, dass ich das hier machen soll, weil es lustig ist. Ja, und ich finde auch, dass es lustig ist. Denn wenn man immer auf die draufhaut, dann kommen später ein paar andere Hühnchen. Die aber... Ja, genau, da. Aber ich beeile mich jetzt lieber mal. Genau, und da ist der Zwerg, der mein Schwert noch schmiedet. Weil ich seinen Kumpel finde. Genau, und... Ach ja, war der Typ hier? Das Kind? Nein. Dann hole ich mir erst mal das Glas. Und zwar, das war hier. Genau, ein Glas. Ein Hühnchen? Na, komm jetzt. Ach, ich kann den nicht mitnehmen. Egal. Was ist hier? Ach, hier ist der Junge, genau. Keuch! Hust! Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Bett pouchen, weil ich krank bin. Vor der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetsch. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Jetzt habe ich aus Versehen Keuchwurst ausgesprochen, aber egal. Und wenn ich den fange, dann ist das auch gut. Hey! Ich wollte dich fangen. Ach man, du bist scheiße. Jetzt kriege ich dich. Erstaunlich, wie schnell du laufen kannst. Genau. Bekomme ich noch was? Nö. Na, wie du meinst. Und von dem kaufe ich auch noch schnell eine Flasche. Und ich glaube, hier mache ich jetzt noch einen Cut. Ja. Also, ich mache hier mal einen Cut. Behalte ich mal. Okay, danke. Also, ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal.